Er bringt uns in die Reife, er bringt uns sogar zur Vollendung und alle von uns fühlen wir uns so unperfekt, aber wir tun so perfekt, jedes Haar im richtigen Ort, schöne Kleider, ganz neue Stiefel, aber innen drin, da ist eine Unruhe, Verwirrung, das probiert uns unterzukriegen, aber wir können es nicht erlauben, wir müssen uns Jesus unterkriegen, Jesus ist der Urheber des Friedens, Jesus ist der Urheber der Kraft, Jesus ist der Leiter, Jesus ist die Quelle des Glaubens, jeder Geist wird fallen, wenn du Jesus glauben kannst, und ich sage nicht, dass es einfach ist, unsere Emotionen sind da immer drin verstrickt, und das ist hart manchmal, es ist so, aber wir können uns nicht von unseren Emotionen leiten lassen, wir müssen geleitet werden vom Urheber unseres Glaubens, wir müssen geleitet werden von der Quelle unseres Glaubens, Jesus, 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 gehorche Jesus, gehorche Jesus, und dann wirst du gewinnen, wenn du nicht aufgehst, hab Geduld, vertraue Jesus, die Quelle des Glaubens, die Quelle der Kraft, die Quelle der Macht, er ist der Vollender, er bringt es zur Reife, alles ist nur für einen Grund, hier heißt es, er, Jesus, für die Freude, den Preis zu erlangen, ich möchte diesen Preis, ich bin ein Gewinner, ich bin kein Verlierer, ich bin den Teufel, ich binde den Teufel, zeig mal, was ihr habt, komm schon, Teufel, komm schon, Teufel, Bruder David, schsch, red nicht so, ich muss nicht so reden, wenn ich Jesus kenne, dann wird der Teufel hinter mir her sein, er hasst mich, ratet mal, ich habe das Recht, auch ihn zu hassen, Halleluja, aber da kriege ich Angst, das macht mich böse, das ist der ganze Punkt, ich muss dich irgendwie auch empfachen da, du musst empfacht werden, wir reden heute Abend nicht über ihn ein anderes Mal dann, was war der Unterschied zwischen ihm und dem Propheten Baals, wo er seine Hände gehoben hat, das Feuer Gottes gefallen, wo die Propheten Baals die Hände gehoben haben, nichts, da war überhaupt nichts, warum fürchtest du den Baal? Heute Abend stoppen wir, heute glauben wir Jesus, wo Moses seinen Stab erhoben hat, was ist geschehen? Das Feuer Gottes ist gefallen, das Meer hat sich geteilt, ist das wahr? Was geschieht, wenn du deinen Stecken hebst? Wo ist dieser Stab hingekommen? Bring mir den Stab wieder. Da geht's, guter Mann, gib mir den Moses Stab. Ja. Translate this for me, please. Denke nur an ihn, Jesus, der von Sündern erduldet hat, schrecklichen Widerstand, und bittere Schlechtigkeit gegen sich selber Erachtete, was Jesus durchgegangen ist, und vergleiche das mit deinen Versuchungen, deinen Problemen, so dass du nicht schwach wirst und erschöpft wirst darin. Viele von euch sind ganz müde und schwach. Ihr probiert es richtig zu machen, aber es scheint, als ob ihr nie dorthin kommt. Bitte, gebt nicht auf. Denkt an Jesus. Denkt an das, wo er durchgegangen ist. Denkt mal an eures und vergleicht es mit seinem. Lasst euch nicht entmutigen. Beruhigt euch wieder. Entspannt euch. Es wird okay sein. Aber Bruder David, Ja, was? Ich habe nicht gedacht, dass du nichts zu sagen hast. Wir können Kriegsgeschichten und ihr seid quiet, während ich erst angefangen habe. Sorry. Wenn wir Kriegsgeschichten erzählen, dann seid ihr schon still und ich fange erst an. Also, gebt nicht auf. Entspannt euch. Empfangt den Frieden Gottes. Erlaubt es der Kraft des Heiligen Geistes auf uns zu kommen. Bitte hört mich. Ich habe einen Stab hier. Und an dem Tag, wo du denkst, dass du angekommen bist, dann kannst du nach vorne kommen, deinen Stab hochhalten und wir werden alle sehen, wie gut du wirklich bist. Wir alle brauchen Jesus. Wir alle brauchen Jesus. Aber lass deine Entschuldigungen dich nicht leiten. Wir lassen Jesus uns leiten. Und eines Tages werden wir unseren Stab hochhalten und das Meer wird sich teilen. Versteht ihr? Heiliger Geist. Was hatten denn all diese Männer Gottes in der Vergangenheit? Was hatte der Abraham? Heilige Geist, Feuer. Heilige Geist, Feuer. Was hatte Moses? Feuer. Was hatte der Noah? Feuer. Was hatte Elia? Feuer. Feuer. Was hatte Elia? Was hatte Elia? Elia. Feuer. Was hatte Jesus? Was hatte Jesus? Was hatte Jesus? Vielen Dank.